Rumpfseitneigung Aufrechten Stand einnehmen, die Füße stehen anderthalb bis zwei Fußbreiten auseinander. Mit der Einatmung den linken Arm über den Kopf strecken und mit der Ausatmung den Rumpf zur rechten Seite neigen. Die Position drei Atemzüge halten und mit der nächsten Ausatmung wieder in die Aufrichtung zurückkommen. Dann Seitenwechsel. In Ausgangstellung den rechten Arm mit der Einatmung über den Kopf strecken und mit der Ausatmung in die linke Rumpfseitneigung führen. Nach drei ruhigen Atemzügen wieder zurück in die Ausgangsposition. Je Seite 10 bis 12 Wiederholungen, drei Sätze.